so da geht es mit ist es kürzema heute weiter mit schadjahr so was muss mal kurz gucken dass wir da irgendwie hochkommen hinkommen ich habe aber ich habe noch nicht mal das ist das lustige gesagt ach das war die geringer ja heute oder berg der rennt hier auch noch um ich muss mal gerade richtung straße irgendwie also wir wollten jetzt eigentlich kann ich da ohne weiteres rüber oder ist das zu tief ist es zu tief ich will nur ganz kurz den stellreisepunkt noch mitnehmen dann geht es sofort zur quest kannst du ja komm hier oder brauchst du eine leitung ok heute auf geht's ja natürlich nicht ich muss mal gerade wirklich auf das land das ist glaube ich am sinnvollsten jetzt haben wir zweimal mal ein reittier gerufen und zweimal runter oh da ist ein krokodil da müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt sind viele krokodil jetzt muss ich gerade gucken ja da vorne schon wieder ein fluss also ich laufe gerade irgendwie quer warum ich hinsehen das ist das zufall einfach nur zufall ich dachte mir jetzt wäre irgendwas wichtig ist jetzt gewesen und so heute ein böses 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 wir sollten vielleicht mal hier auf uns verpissen das ist ja ich hau ab ich habe ich habe so haben wir es jetzt meine frisse drei krokodile getötet gerade hintereinander heißt das nicht irgendwie fast von 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 krokodil ist die tüten oder habe ich das zufall jetzt das viel schon erwischt habe ich nicht ich weiß dass da noch eins ist jetzt aber zut ja komm her ruhig krokodil doch ein krokodil aber bist du ein böses krokodil so krokodilsnest abgeschlossen durch zufall so weiter geht's so ich möchte ganz kurz nach vorne noch schnell den schnellreisepunkt holen aber warum treiben wir so richtig gegen ich habe keine ahnung was er soll keine ahnung aber es könnte theoretisch es könnte irgendwas mit fischköder gift oder was auch immer drin gewesen sein so ich möchte eigentlich den schnellreisepunkt haben wir jetzt nämlich hier vorne irgendwo dann wir hätten mal die möglichkeit da müssen wir nicht da müssen wir nicht so weit reisen und rennen immer da hinten ist er da hinten ist er gehen wir nicht auf den Sickel jetzt viele viele krokodile da hinten ist er da hinten ist er da hinten ist er da hinten ist er das ist er da hinten ist er da das gedicht eines bauern vieler der vier matzen von korn in goldenem schein doch nur ein haufen scheiße um ehrlich zu sein die synchronisation ist beendet gut dann haben wir das auch auf die uhr wir machen jetzt nichts neues wir werden jetzt noch ein bisschen zeit gut machen wie gesagt zeit schinden wir können mal hier am haus der irwin noch schnell das papier aus holen und dann machen wir in der nächsten folge das ding also wie gesagt tut mir leid jetzt gerade dass ich ein bisschen das ist jetzt so die reise war aber ich mache meistens folgen so um die zehn minuten hat einfach so die gründe dass ich dann jetzt nicht was ich weiß was jetzt aber wir haben ja die folge ist gut wir haben ja die folge was gemacht haben wir das krokodil es ist gemacht aber sonst weise mal dass viele krokodile mittlerweile auch die war bewohner in ruhe lassen sie würden hier so viel zeug so viel futter kriegen also ich kann gucken wo das ist das könnte sein da vorne da ist es ja hauser werden abgeschlossen und für das ding kriegen wir gerade mal 450 erfahrungspunkte lebwohl finde der vier ja und auch wie gesagt wenn ihr den trick seht lesen wollt haltet einfach das video an so ich gucke gerade aber noch irgendwo zeugs hier finden dass uns irgendwie noch interessant werden könnte wir reisen mal ganz kurz noch schnell zu dem zielpunkt den wir dann in der nächsten episode angehen weil das erste skit origins ja aber du bist vorbei und alles drum und dran ich reise natürlich ich mache das natürlich jetzt bewusst ein bisschen kürzer da wir aber immer zwischendurch mal paar dinge machen weil wie gesagt noch schlagen erst mal oder jetzt wie gesagt das krokodilsnest solche dinge halt und damit herzlich willkommen in philadelphia müssen wir da irgendwas befürchten nein na gut weil wir doch nicht da war noch nicht in philadelphia deswegen ist der schnellreisepunkt noch nicht aktiv gewesen jetzt gucken wir uns mal an da vorne ist der punkt und das gehen wir dann die so viele gegner hier gerade die um rennen ich habe so ich kann gucken wo wir hin müssen müssen wieder hoch oder da ist er gut das gehen wir dann in der nächsten folge haben wir schon mal zu mir hier gewesen ich komme mir so ein bisschen vor nein aber waren wir noch nicht naja ich bin raus heute wir sehen uns morgen um zwölfe